Ahoi und Lele, ich bin es wieder, euer René. Ich habe gesehen, euch hat das Video von Faschingsamstag super getaucht. Ich habe viele tolle Rückmeldungen dazu gekriegt und es haben sich sogar Kulturschaffende bei mir gemeldet. Die haben die Idee noch weiterentwickelt und zwar sind das die Künstler von Vytracks. Die haben ein Liedl draus gemacht und das suchen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich wünsche euch einen schönen Faschingsausklang, einen schönen Faschingsdienstagabend. Ahoi und Lele, viel Spaß. So, Ahoi werter Gemeinderat, werter Bürgermeister, werter Stadträte, werter Zuseherin und werter Presse. Werter Stadträte, werter Zuseherin. Werter Gemeinderat, werter Bürgermeister, werter Bürgermeister, werter Stadträte, werter Zuseherin und werter Presse. Schön zuhören. Hören. Hören. Ich habe mir heute auch entsprechend bunt angezogen. Werkt es Ahoi an unseren Bürgerinnen und Bürgermeistern? Dankeschön. Ahoi. Ahoi. Wir sind in der Corona-Krise, aber es gibt auch noch die Klimakrise. Es brennt die halbe Welt. Nur verzweifelte Indianer retten tote Pferde. Es ist und bleibt ein totes Pferd. Gemeinderat, es kommt einig, sie haben recht. Ich habe heute einen kleinen Freund mitgebracht. Ja, auch hier finde ich es toll, dass sich etwas bewegt. Dass sich nicht nur die GTIs bewegen, sondern auch. Das Thema in Fila ist die Kultur im Keller. Die neue Bühne ist im Keller. Das Stadtkino ist im Keller. Und der Kulturhof Keller trägt es sogar auch im Namen. Es gibt keinen kürzeren Transportweg als wie von der Hand in den Mund. Für jede Tomate, die man selber anbaut. Gemeinderat Kopeinig, Sie haben recht. Und der Kulturhof ist im Keller. Und der Kulturhof ist im Keller. Und das ist im Keller. Und das ist im Keller. Und der Kulturhof ist im Keller. Und der Kulturhof ist im Keller. Und die Kulturhof ist im Keller. Und der Kulturhof ist im Keller. Vielen Dank.